Sollte heute nicht Dr. Balouse wiederkommen? Also, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin Dr. Balouse, ich bin Arzt. Du weißt, wie sehr uns die Menschen hier brauchen. Die Klinik war nicht dieselbe ohne dich. Es ist mein erster Tag heute. Ich mache meine Sozialstunden hier. And you work in the kitchen? Küche? Ich kann ihm auch nicht sagen, dass er stirbt. Er ist dein Patient. Das ist meine Frau. Balouse! Worauf warten Sie, Dr. Balouse? Du verrennst dich. Es ist nicht Mara. Vielleicht war es ein Fehler, wieder zu kommen. Seit ich hier bin, versaue ich alles. Ich glaube, ich bin einfach nicht gemacht für den Job. Sie sind Ärztin. Das war immer mein Traumberuf. Es gibt eine Chance auf Heilung. Wie groß? 20% sind sehr viel. Aber nicht genug. Lassen Sie uns dein Leben retten. Das ist meine Klinik. Und ich trage die Verantwortung. Ich finde übrigens nicht, dass ein Fehler war, wieder zu kommen. Es gibt nicht nur die Familien, in denen man geboren wird. Es gibt auch die, die man bekommt, wenn man sein Herz öffnet. Das ist mein Herz. Das ist mein Herz. Gute Morgen. Vielen Dank.